Hallo Freunde, jetzt einmal einen kleinen Rundgang über die Messe. Demals gibt es ja drei Messe, momentan sind wir ja beim Winter-Opening. Vom Eislaufplatz bis zum Back-Champ-Zimmer. Die Hot-Wandlauf-Leuten gibt es ja da ziemlich vieles. Wir haben jetzt einmal einen kleinen Rundgang gemacht, also wir hoffen, es gefällt euch. Aber wie gesagt, wir können ja bis am Montag hierher kommen, inklusive Montag. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.